Herzlich willkommen zurück hier zum Kanal bei der A&M und ich heiße dich herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema Finanzen. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, was aber auch häufig zu wenig Beachtung findet, vor allem in Handwerksbetrieben. Und ja, ich spreche häufig mit Unternehmern, die mir sagen, ja Marvin, ich weiß eigentlich gar nicht, wie bei mir der Finanzstatus ist. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie viele Einnahmen wir ganz genau haben oder wohin das ganze Geld fließt. Und ich spreche manchmal sogar mit Unternehmern, die mir sagen, ja, aufs Konto gucke ich richtig ungerne schon drauf, weil ich habe Angst, da zu sehen, was mich dort erwartet. Also quasi diese Angst davor, der Realität ins Auge zu schauen. Und wenn es dir ähnlich geht oder genauso geht, dann solltest du jetzt unbedingt aufpassen. Aber auch generell geht es um das Thema, wie kann ich meine Liquidität im Auge behalten und wie kann ich auch für die Zukunft ordentlich planen. Ja, und zwar musst du immer als Unternehmer natürlich die Einnahmen und die Ausgaben im Auge behalten. Ja, und das ist natürlich ein sehr trockenes Thema. Das heißt, man muss auch ein Stück weit dieses Mindset entwickeln, da Lust drauf zu haben, weil ich sage dir eines, wenn du das erstmal richtig aufgesetzt hast und genau sehen kannst, was du wahrscheinlich dem nächsten Monat einnehmen wirst und was du auch ausgeben wirst und wie viel am Ende vielleicht übrig bleibt oder eben auch nicht, dann ist das ein sehr, sehr gutes Gefühl und da musst du auch hinkommen. Deswegen, wenn du als Unternehmer und als Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs noch keine Liquiditätsplanung hast, dann solltest du jetzt aufpassen in diesem Video. Ich erkläre dir jetzt mal, wie das am besten funktioniert. Ja, also du hast ja auf deinem Konto hast du ja Einnahmen und auch Ausgaben. Ja, und im Idealfall, ja, man kann das auf zwei verschiedene Möglichkeiten machen. Entweder machst du dir eine ganz normale Excel- oder Google-Tabelle, ja, oder es gibt heutzutage auch schon bessere Möglichkeiten, wo du das Ganze zum Beispiel in so einem Tool machen kannst. Da kannst du dann die Umsätze und die Einnahmen aus deinem Konto direkt reinladen. Aber es ist eben naiv zu glauben, dass die BWA vom Steuerberater ausreicht, weil häufig spreche ich auch mit Leuten, die sagen, naja, wie es jetzt finanziell aussieht, das kann ich dir gar nicht sagen. Die BWA, die hat der Steuerberater noch nicht fertig bekommen, ja. Aber es ist nicht die Aufgabe des Steuerberaters, sich um deine Liquidität zu kümmern. Ja, das ist deine Aufgabe als Geschäftsführer, dafür Sorge zu tragen, dass genug auf dem Konto ist am Ende des Monats, um deine Mitarbeiter bezahlen zu können. Und dementsprechend musst du dir selber diesen Überblick schaffen, wie viel Geld geht eigentlich ab jeden Monat und wie viel Geld kommt rein und wie sieht das auch in der Zukunft aus. Wie sieht es auch aus mit Steuervorauszahlungen, wie sieht es aus mit Steuernachzahlungen, ja. Diese ganzen Themen musst du auf dem Schirm haben und wir machen das so, ja, bei Partnern und auch bei der A&M, wir nutzen dafür ein Tool, aber letztendlich ist es auch bei der, bei einer Excel-Variante ist es das gleiche. Du schaust dir erstmal an, welche Einnahmen habe ich eigentlich im Monat, ja. Und dann kommen natürlich die ganzen Zahlungen rein von den Kunden und auch die Anzahlungen und so weiter, das sind die ganzen Erlöse. Und dann schaust du dir an, welche Kosten gehen eigentlich alle ab, ja. Das sind natürlich Personalkosten, Materialbeschaffung bei Händlern, dann, keine Ahnung, Sprit für die Montagefahrzeuge und Leasingkosten und so weiter und so fort. Ja, diese ganzen Kosten. Und diese ganzen Abbuchungen, die musst du dann einmal kategorisieren und schauen, okay, wie viel gebe ich eigentlich aus für Benzin pro Monat, wie viel habe ich eigentlich an Personalkosten, wie viel geht eigentlich ab für Leasingfahrzeuge und so weiter, wie viel gebe ich eigentlich aus für Bestellungen bei Lieferanten und so weiter. Und dann aber auch, woher kommen jetzt die Erlöse, ja, sind das Anzahlungen oder sind das, ja, sind das so bezahlte Rechnungen einfach. Und dann hast du am Ende eine Übersicht aus den verschiedenen Monaten, wo du dir anschauen kannst, ja, im Januar habe ich so und so viel ausgegeben in der Kategorie, ja, im Februar habe ich so und so viel in der Kategorie ausgeben und so weiter. Ja, und dann hast du eine schöne Übersicht, wie viel du in der Vergangenheit in diesen Monaten ausgegeben hast und auch wie viel du in diesen Monaten immer eingenommen hast und kannst das dann immer gegeneinander gegenüberstellen, ja. Und dann auch sagen, gut, an diesem Monat, also in diesem Monat ist so und so viel übrig geblieben, in dem Monat hatte ich ein leichtes Minus, ja, dann hatte ich wieder ein gutes Plus und so weiter. Und da kannst du das dann immer schön sehen. Und jetzt ist natürlich das Wichtigste daran zu schauen, gibt es da irgendwelche Dinge, die mir so vorher gar nicht aufgefallen sind. Weil der erste Schritt ist erstmal das Ganze überhaupt aufzusetzen, dass du überhaupt mal eine Transparenz hast. Und glaub mir, diese Transparenz zu haben, die wird dir einiges an Druck von den Schultern runternehmen, weil du dann endlich mal weißt, was eigentlich Sache ist in deinem Unternehmen, ja. Wie viele Ausgaben hast du eigentlich? Wie viele Einnahmen hast du eigentlich? Und wenn du das erstmal hast, ist das ein super Gefühl. Und jetzt geht es natürlich weiter, dass du guckst, okay, mal schauen, warum ist denn diese Ausgaben, die kommen einem in der Regel meistens immer viel zu hoch vor, ja, weil man guckt sich dann um, wie viel man eigentlich ausgibt. Aber dann musst du natürlich reingehen und schauen, wofür gebe ich eigentlich dieses ganze Geld aus? Ist das eigentlich hier gerechtfertigt, dass wir da für dieses Tool noch so zu viel zahlen? Ja, hier für den, für das und das, die und die Dienstleistung und so weiter. Dann schaust du rein und hast mal so einen Überblick, okay, was gebe ich eigentlich dafür aus und bekommst ein gutes Gefühl dafür. So, und dann musst du natürlich schauen, wie sind meine Ausgaben auch in Zukunft? Und dann kannst du quasi von der Vergangenheit in die Zukunft auch planen, dass du sagst, jetzt einfach mal als Beispiel, ich gebe als Betrieb 150.000 Euro aus jeden Monat, ja, oder habe ich in der Vergangenheit immer so ungefähr, keine Ahnung, 140, 160, 150 und so weiter, immer mal so schwankend. Und das wird sich ja dann, wenn du jetzt nicht massiv mehr Personal und weitere Kosten erzeugst, wird sich ja auch in der Zukunft so ungefähr einpendeln, ja. Dann kannst du schon mal sagen, gut, jetzt ist Oktober, also werde ich und habe im Oktober und in den vergangenen Monaten immer 150 ausgeben und dann werde ich im November und im Dezember wahrscheinlich auch wieder so viel ausgeben in den verschiedenen Bereichen. Und was du dann machen solltest, ist, dass du dann auch die Einnahmen, die du voraussichtlich haben wirst, ja, auch da hast du ja einen Trend, ja, entweder geht der Trend hoch oder nach unten oder es ist stagniert. Diesen Trend, den führst du dann auch fort für die weiteren Monate und dann kannst du sehen, okay, wie ist denn das? Also mit meinen Ausgaben, die geplant immer so und so verlaufen und mit meinen Einnahmen, wie geht es meinem Unternehmen dann in Zukunft? Ja, geht das eher nach unten, geht der Berg eher so abwärts von der Liquidität her, ne, weil dann errechnet sich ja auch dein Kontostand von dem, was jeden Monat übrig bleibt oder eben abgeht, also was du Minus machst, verringert sich ja entweder dein Kontostand oder der sollte sich natürlich im besten Fall erhöhen. Und was man dann eben noch machen sollte, ist solche unvorhergesehenen Sachen, ja, die sind für viele immer unvorhergesehen, ist das Thema Steuern, ja. Was ich immer mache, ich rufe meinen Steuerberater an und sage, du, pass auf, dieses Jahr, wie sieht es aus mit Vorauszahlungen, mit Nachzahlungen und so weiter, haben wir da schon fixe Daten, wann gewisse Zahlungen auf jeden Fall abgebucht werden oder gemacht werden müssen. Und dann sagt er mir Marvin, ja, wir haben hier im Mai einmal so und so viel tausend Euro und dann nochmal im August nochmal so und so viel tausend Euro. Dann sage ich erstmal, hm, okay, ist nicht schön, aber ich weiß es zumindest, ja. Blöd ist es immer, wenn du im August auf einmal aufs Konto guckst und siehst, oh, hunderttausend Euro runter, Mist. Das sollte man verhindern und dann habe ich es lieber, dass ich ein Dreivierteljahr vorher weiß, okay, im August werden mir diese hunderttausend Euro abgebucht. Und, ja, das habe ich lieber, als dass ich im August drauf schaue und sehe, okay, ist runtergegangen. Dann nehme ich nämlich meine Kalkulation und sage schon, hey, im August werde ich diese hunderttausend Euro ausgeben, das plane ich jetzt schon ein. Also, wie muss ich meinen Kontostand und wie muss ich meine Kosten bis dahin managen, dass ich dann nicht, ja, in den schlechten Bereich reinrutsche. Ja, und, ähm, das mache ich dann mit mehreren Vorauszahlungen und dann kann ich schon sehen, okay, übers Jahr hinweg verhält sich das Ganze ungefähr so oder so. Je nachdem, was ich auch sage, gut, wenn ich vom Vertrieb her ein bisschen wachse, ähm, dann wachsen natürlich auch die Umsätze, äh, idealerweise. Dann kann ich einen gewissen Trend noch angeben. Und, ähm, sowas solltest du auf jeden Fall als Geschäftsführer haben. Ich hatte jetzt auch letztens den Fall, ähm, da war das eben nicht der Fall. Und dann, ähm, ja, haben wir das erstmal so gerade gezogen und geschaut, okay, wo fließt eigentlich das Geld hin? Müssen wir da irgendwo die Kosten reduzieren? Wie können wir die Einnahmen kurzfristig erhöhen? Ja, also, wir mussten dann wirklich schnell die Liquidität eben nach oben bringen. Und, äh, das schafft man eben, indem man sich erstmal so einen Überblick verschafft, wie die Situation überhaupt ist, ja. Das Ganze ist natürlich, äh, ja, relativ, ähm, aufwendig auch, aber es ist, es ist die Arbeit wert, ja. Und, äh, wenn du Fragen dazu hast, dann, äh, melde dich gerne hier in den Kommentaren oder melde dich auch gerne bei uns direkt auf der Webseite www.am-beratung.de. Wir beraten auch Fachfirmen rund ums Haus und eben Handwerksbetriebe auch bei diesen Geschäftsführerthemen. Ja, also, wenn du sagst, Marvin, das ist ein Thema, das, da habe ich mich wiedererkannt, da hast du bei mir genau ins Schwarze getroffen, dann melde dich auch gerne bei uns, ja, da können wir dir auch weiterhelfen, äh, wie du dieses Thema auch in den Griff bekommen kannst, ähm, klick einfach hier irgendwo unter dem Video, da findest du auch den Link zu unserer Seite. Ja, so viel dazu, also, ähm, wie gesagt, das ist ein Thema, das solltest du dir zu Herzen nehmen und auch mit, ähm, mit einer hohen Wichtigkeit belegen und, ähm, ja, wenn das für dich hilfreich war, diese Tipps, die ich dir gegeben habe, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch, ja, oder schreib. Schreib mir auch gerne, wenn du Fragen dazu hast, was man dort empfehlen kann, schreib das gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass es dir weitergeholfen hat und ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Resttag oder eine Restwoche, je nachdem, wann du dieses Video schaust. Und, ja, bis zum nächsten Video, bis dann, ciao.